Also, ich finde das sehr gut, dass du an meine Gesundheit denkst. Und am Schluss dann 10 mal Hampelmann. Nee, dafür ist was anderes. Aber man hat das ja, wenn man tatsächlich am PC sitzt, dann hast du das. Das ist oftmals tatsächlich... Also, ihr habt es gestern gehört. Also, alle, die gestern dabei waren. Wer das Video noch nicht gesehen hat, entweder Clips gucken oder bei fast genau 2 Stunden, glaube ich. Da war das dann so Knacks. Und du denkst dir so, oh oh, jetzt ist kaputt gegangen.